Hi Leute, ich bin Inga von Acne Yoga. Diesmal nicht live, diesmal aufgezeichnet. Ihr kennt ja schon mein Rückenprogramm, das 37 Minuten geht. Hier jetzt nochmal ein Programm, was fast eine volle Stunde geht. Im Prinzip ist es sehr ähnlich. Wir halten die Asanas einfach nur länger und es sind noch ein paar neue dabei. Dann könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr lieber das Schnellprogramm oder die Langversion. Fangen wir an. Okay. Wir beginnen im Stehen. Also ungefähr Hüftbreit, die Füße. Und dann beginnen wir. Einatmen, Arme der Seite heben. Und ausatmen, Handflächen zueinander, Hände vors Herz. Noch einmal. Einatmen, Arme der Seite heben. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, Arme der Seite heben. Und jetzt die Finger einander verschränken. Okay, das sieht dann so aus. Und Handflächen nach oben drücken. Arme schön lang, Schultern ziehen nach unten. Bauch und Po sind angespannt. Und nächste Ausatmung. Arme lösen. Okay, wir machen jetzt den Wirbelsäulentanz. Wie gesagt, die, die schon mal dabei waren, kennt das. Für alle anderen zeige ich es nochmal. Ich zeige es von der Seite. Dann sieht man es am besten. Einatmen, Arme über die Seite heben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Kopf hängen lassen. Rücken rund. Einatmen, halbe Vorbeuge. Fingerspitzen zum Boden oder Hände an die Schiene reinbringen. Rücken parallel zum Boden. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Rücken rund. Einatmen, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, Hände geschlossen vors Herz. Okay, und noch einmal. Einatmen, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Kopf hängen lassen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Rücken parallel zum Boden. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, Hände zueinander bringen. Hände vors Herz. Okay, wenn ihr jetzt noch ein Stück weiter gehen wollt, dann kommt mit mir in den Sonnenbrust. Dafür treten wir an den Anfang der Matte. Und einatmen, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Kopf hängen lassen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Rücken parallel zum Boden. Ausatmen, Handflächen zum Boden bringen. Zurücktreten in die Planke. Hier einatmen und ausatmen. Über die Knie am Boden absinken. Einatmen, kleine Cobra. Bedeutet nur aus der Kraft der Rückenmuskulatur den Oberkörper heben. Und ausatmen. Über die Knie zurückdrücken in den herabschauenden Hund. Hier ist wichtig, dass der Kopf schön hängen gelassen wird. Rücken schön lang ziehen. Die Beine können leicht gebeugt sein, dann ist es ein bisschen angenehmer und die Fersen drücken Richtung Boden. Nächste Ausatmung. Steigt mit den Füßen nach vorne zu den Händen. Ganze Vorbeuge. Kopf hängen lassen. Rücken rund. Einatmen, Arme über die Seiten heben. Und ausatmen, Handflächen zueinander. Hände vors Herz. Noch einmal den Sonnengruß. Einatmen, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Kopf hängen lassen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Rücken parallel zum Boden. Ausatmen, Handflächen zum Boden bringen. Zurücktreten in die Planke. Einatmen und ausatmen. Über die Knie. Oder direkt ganz mit Ellbogennahmenkörper am Boden ablegen. Einatmen. Kleine Kobra. Aus der Rückmuskulatur den Oberkörper heben. Oder herausdrücken in die große Kobra. Dabei aufpassen, dass die Schultern nicht zu den Ohren fallen, sondern die Schulterblätter schön zusammenziehen. Echt schön rausdrückt. Nächste Ausatmung. Über die Knie zurückdrücken. Herab. Schauen wir uns. Den Ablauf machen wir noch einmal. Allerdings modifizieren wir den ein bisschen. Nächste Ausatmung. Mit den Füßen nach vorne zu den Händen. Ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, Handflächen zusammenbringen und vors Herz. Einatmen, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Kopf hängen lassen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Rücken parallel zum Boden. Ausatmen, ausatmen, Handflächen zum Boden bringen. Zurücktreten in die Planke. Einatmen und ausatmen. Über die Knie oder ganz am Boden absenken. Einatmen, kleine Kobra. Oder rausdrücken in die große Kobra. Und ausatmen. Über die Knie zurückdrücken in den herabschauenden Hund. Jetzt heben wir das rechte Bein zur Decke. Und ausatmen mit dem Fuß einen großen Schritt nach vorne zwischen die Hände. Einatmen. Nächste Einatmung. Aufrichten. Krieger 1. Die Arme sind neben den Ohren. Ganz gerade nach oben gestreckt. Aufpassen, dass du im Knie immer fast 90 Grad Winkel hast. Also nicht nach vorne fallen, aber auch nicht durchstrecken. Nächste Ausatmung. Drehst du die hintere Fersen zum Boden. Und die Fußspitzen zeigen leicht nach vorne. Oberkörper ist noch nach vorne gedreht. Nächste Ausatmung kommst du in den Krieger 2. Dafür die Fußspitze zum langen Mackenende drehen. Die hintere. Und die Arme parallel zum Boden. Du schaust über die rechte vordere Hand. Auch hier kontrollier hin und wieder dein vorderes Knie. Dass das auch wirklich fast 90 Grad hat. Nächste Ausatmung. Bring den rechten Unterarm nach vorne auf deinen rechten Oberschenkel kurz oberhalb des Knies. Und den linken Arm entweder gerade nach oben oder der linke Arm zieht über den Kopf. Wir dehnen jetzt die linke Flanke. Du kannst entweder hier bleiben oder wenn du noch ein bisschen weiter gehen möchtest, kannst du die rechte Handfläche nehmen und an die Innenseite vom rechten Fuß stellen. Die linke Hand entweder gerade nach oben oder sie zieht nach vorne. Nächste Einatmung. Wieder hochkommen. Krieger 2. Arme parallel zum Boden. Nächste Einatmung. Beide Arme heben. Auch die hinteren Ferse heben. Krieger 1. Nächste Ausatmung. Mit dem hinteren Fuß einen Schritt nach vorne in die Berghaltung. Hände geschlossen vors Herz bringen. Und wir fließen noch einmal durch den Sonnenbuß. Und machen das gleiche auf der anderen Seite. Einatmen. Arme über die Seiten heben. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Kopf hängen lassen. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Rücken parallel zum Boden. Ausatmen. Handflächen zum Boden. Großen Schritt zurück in die Planke. Hier einatmen. Hier einatmen und ausatmen. Über die Knie. Oder ganz am Boden aushenken. Einatmen. Kleine oder große Cobra. Und ausatmen. Über die Knie. Füße umstülpen. Heratmen. Hochdrücken in den herabschauenden Hund. Nächste Einatmung. Linken Fuß nach oben zum Himmel. Und ausatmen. Linken Fuß nach vorne zwischen die Hände setzen. Sollte das nicht funktionieren, kannst du das auch in kleinen Schritten machen, wenn du es nicht mit einem großen Schritt schaffst. Nächste Einatmung. Arme über die Seiten heben. Krieger 1. Schön aufrichten. Nächste Ausatmung. Bring die rechte hintere Fersen zum Boden. So ist der Fuß schräg nach vorne zeigt. Oberkörper ist noch nach vorne ausgerichtet. Hier einatmen. Und nächste Ausatmung. Krieger 2. Arme parallel zum Boden. Hinterer Fuß zeigt zum langen Wartenende. Hier einatmen. Und nächste Ausatmung. Linken Unterarm auf linken Oberschenkel. Rechter Arm zieht grad nach oben oder schräg nach vorne. Wenn du noch ein bisschen mehr Dehnung in der Hüfte und der Flanke möchtest, nimm deine linke Hand. Setz dich unten auf den Boden ab, neben den linken Fuß. Hand gerade nach oben oder nach vorne. Nächste Ausatmung. Komm nach oben. Krieger 2. Arme parallel zum Boden. Blick geht über die linke Hand. Nächste Ausatmung. Arme heben. Nehmen die Ohren bringen. Ferse hinten heben. Krieger 1. Blick geht nach vorne. Und nächste Ausatmung. Mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach vorne. Bring die Handflächen geschlossen vors Herz. Spür noch einmal nach. Kannst auch gerne die Beine und die Arme ein bisschen ausschütteln. Als nächstes bringst du deinen rechten Ellbogen nach oben. Winkelst du den Unterarm an. Sieht von hinten dann so aus. Mit der linken Hand greifst du den rechten Ellbogen und ziehst ganz langsam an. Entweder du bleibst hier oder wenn du ein bisschen mehr möchtest, greifst die linke Hand die rechte hinter den Rücken. Der linker Ellbogen zeigt also gerade nach unten. Der rechte Ellbogen gerade nach oben. Wichtig ist hierbei, dass deine Wirbelsäule ganz gerade ist. Der Kopf ist Verlängerung der Wirbelsäule. Bauch und Po sind leicht angespannt, sodass du schön gerade stehst. Nächste Ausatmung lösen. Ein bisschen ausschütteln. Und die andere Seite. Linken Ellbogen nach oben bringen. Linken Unterarm abklappen. Rechte Hand greift entweder linken Ellbogen. Oder wenn das geht, greifen die Finger hinter dem Rücken ineinander. Du siehst wie bei mir, bei der einen Seite ging es wunderbar, bei der anderen habe ich fehlt ein bisschen. Das ist ganz normal. Dann, wenn du es nicht ganz schaffst, greifst du wieder deinen Ellbogen. Und langsam lösen. Ein bisschen ausschütteln. Und wir kommen in eine Grätsche, also ein überhüftbreiter Stand. Deine Fußspitzen zeigen beide zum langen Mattenende. Deine Hände stützt du in die Hüften. Hier einatmen. Und beim Ausatmen kommst du mit ganz geradem Rücken nach unten, bis der Rücken parallel zum Boden ist. Und dann machst du den Rücken rund. Die Hände berühren den Boden. Entweder die Handflächen oder die Fingerspitzen. Je nachdem wie beweglich du bist. Jetzt wandern wir mit den Händen von der Mitte rüber zum linken Fuß. Greif deinen linken Fuß oder deinen linken Unterschenkel. Das, was du greifen kannst. Wir dehnen jetzt das linke Bein und die rechte Flanke. Nächste Ausatmung. Geh mit den Händen wieder zur Mitte. Hier einatmen. Und nächste Ausatmung. Lauf mit den Händen rüber zum rechten Fuß. Greif das rechte Fußgelenk. Das rechte Bein. Was du greifen kannst. Denk dran beide Beine gesteckt zu lassen. Kopf schön hängen lassen. Kopf schön hängen lassen. Langsam wieder mit den Händen zur Mitte laufen. Hände in die Seiten stützen. Rücken gerade parallel zum Boden. Beine leicht beugen. Und mit ganz graben Rücken nach oben kommen. Lauf die Füße ein bisschen zusammen. Und wir fließen noch einmal durch den Sonnengruß. Kommen also wieder an den Anfang deiner Matte. Einatmen. Arme über die Seiten heben. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Rücken parallel zum Boden. Und ausatmen. Handflächen zum Boden. Tritt zurück in die Planke. Hier einatmen. Und nächste Ausatmung. Über die Knie. Oder ganz am Boden abziehen. Einatmen. Kleine oder große Cobra. Und Ausatmen. Über die Knie. Drück dich zurück in den herabschauenden Hund. Spür noch ein bisschen nach. Lauf vielleicht noch einmal ein bisschen auf die Stelle. Spür, ob sich deine Beine gleich oder unterschiedlich anfühlen. Und jetzt lauf mit kleinen Schritten mit den Füßen nach vorne zu den Händen. Und wir kommen zum Sitzen. Den anstrengenden Teil hast du geschafft. Jetzt kommen wir zum entstandenen Teil. Streck das linke Bein aus. Und den rechten Fuß stellst du an die Innenseite vom Oberschenkel an, sodass das rechte Knie nach oben zeigt. Der linke Fuß ist angezogen. Und nächste Einatmung. Hebe die Arme über die Seite. Ausatmung. Dreh dich auf zur rechten Seite. Die rechte Hand ist hinter dem Körper. Die linke kann entweder das linke Bein oder das rechte Knie umarm. Blick geht über die rechte Schulter. Oder zu der Wand zu deiner Rechten. Nächste Einatmung. Arme über die Seite heben. Ausatmen. Zur linken Seite aufdrehen. Der linke Arm ist hinter dem Körper. Die rechte Hand berührt das linke Knie. Oder du stützt dich mit dem Ellbogen ein bisschen gegen das rechte Bein, dass du dich noch ein bisschen mehr aufdrehen kannst. Blick geht zu der Wand zu deiner linken oder über die linke Schulter. Auf der Rücken ist ganz aufrecht. Stell dir vor ein Faden würde von deinem Scheitel zur Decke gehen, mich hier zu einsinken. Einatmen. Arme über die Seite heben. Und ausatmen. Rechtes Knie zum Boden bringen. Linke Fuß ist immer noch an der Innenseite vom Oberschenkel. Linke Fußspitze anziehen. Einatmen. Arme über die Seite heben. Dreh dich ein bisschen auf zum linken Bein. Und ausatmen. Greif mit den Händen den Fuß oder den Unterschenkel. Und ausatmen. Arme lösen. Beine lösen. Ein bisschen ausschütteln die Beine. Und uns fehlt noch die andere Seite. Das rechte Bein ist ausgestreckt. Der linke Fuß stellt auf an die Innenseite vom Oberschenkel. Die rechte Fußspitze zu dir ran ziehen. Einatmen. Arme über die Seite heben. Ausatmen. Aufdrehen. Zur rechten Seite. Mit der linken Hand greift das rechte Knie oder stützt dich so ein bisschen am linken Bein ab, um dich noch ein bisschen mehr aufzudrehen. Blick geht über die rechte Schulter. Einatmen. Arme über die Seite heben. Und ausatmen. Aufdrehen. Zur linken Seite. Du kannst das linke Knie mit dem rechten Arm umarmen, wenn du möchtest. Blick geht rüber zur linken Wand oder über die linke Schulter. Nächste Einatmung. Arme über die Seite heben. Arme lösen. Und das linke Knie zum Boden bringen. Linker Fuß ist an der Innenseite vom rechten Oberschenkel. Einatmen. Arme über die Seite heben. Ausatmen. Aufdrehen zum rechten Bein. Und den rechten Fuß oder das rechte Bein greifen. Denk dran, wenn du es nicht ganz bis zum Schubfuß schaffst, dass du trotzdem die Fußspitzen anziehst, dass du deine Bade schön dienst. Ausatmen. 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 Beine ein bisschen ausschütteln. Nächste Einatmung. Lösen. Arme über die Seite heben. Und ausatmen. Arme lösen. Beine ein bisschen ausschütteln. Okay, als nächstes kommen wir in eine sehr intensive Dehnung. Ich zeig dir unterschiedliche Möglichkeiten. Du schwingst deine Beine durch. Und du stellst deine Fußspitzen auf. Und setzt dich so auf deine Fersen. Wirbelsäule schön aufrecht. Damit dehnst du die Fußsohle. Sollte das zu intensiv sein, kannst du die Füße auch umklappen. Den Fußspann am Boden ablegen. Und dich so auf deine Fersen setzen. Sollte diese Haltung überhaupt nicht bequem sein, weil du Probleme mit den Knien oder mit den Füßen hast, kannst du dich auch für die nächste Minute einfach im Schneidersitz sitzen. Und wieder mit einsteigen, falls es wieder geht. Okay, die intensivste Übung. Also entweder du machst den Fersensitz oder du gehst noch einen Schritt weiter. Rollst deine Waden aus dem Weg und setzt dich mit dem Po zwischen die Waden. Okay, ich zeige das nochmal von der Seite. Bisschen auseinander spreisen die Waden. Und dazwischen setzen. Wenn du merken solltest, dass das mit den Knien nicht funktioniert oder dass es für die Füße zu viel ist, kannst du jederzeit wieder in den Schneidersitz kommen. Ansonsten haben wir hier eine sehr intensive Dehnung über die Beinvorderseite. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen ausprobieren. Jetzt sitzt du noch gerade, du kannst aber auch dich mal ein bisschen nach vorne beugen und schauen, was das mit der Dehnung macht. Oder du lehnst dich ein bisschen nach hinten und schaust, was das mit deiner Dehnung macht. Finde eine Position, die für dich angenehm ist. Du musst nicht komplett aufrecht sitzen. Du kannst auch ein bisschen nach hinten oder nach vorne geneigt sitzen. Okay, jetzt lögst du deine Sitzposition auf. Schiebst den Po nach oben. Bringst die Waden wieder zusammen, wenn die auseinander waren. Richtest dich auf. Schiebst das Becken bis nach vorne. Du kannst entweder deine Fingerspitzen nach oben drehen und die Handflächen an den unteren Rücken setzen. Oder Fingerspitzen nach unten an den unteren Rücken. Ich zeig's nochmal so. Fingerspitzen nach oben oder nach unten. Und dann lehnst du dich zurück. Blick geht zur Decke. Kopf in den Nacken legen. Und ausatmen, komm wieder nach vorne. Setz dich auf den Po, auf die Matte. Streck die Beine nach vorne aus. Einatmen, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, nach vorne. Deine Füße greifen oder deine Waden greifen. Die Beine sind diesmal geschlossen. Es geht dann so aus. Vielleichtバ SB-2-0-1, Car's, quand acht. Jahrhunderts. Machs. Jahrhunderts. Po, auf sie. BATI-2, darf ich segen. Langsam wieder lösen, nach oben kommen, ein bisschen die Beine ausschütteln und bringen die Beine jetzt in den Schneidersitz, bedeutet ein Bein vor dem anderen und einatmen, Arme über die Seiten heben, ausatmen, dreh dich auf zur rechten Seite, linker Arm geht nach vorne, vor die Füße, rechter Arm geht nach hinten, hinter den Körper. Blick geht zur rechten Wand oder über die rechte Schulter. Nächste Einatmung, Arme über die Seite heben, ausatmen, Arme lösen. Und jetzt machen wir die Beine einmal andersrum, ok? Also den rechten Fuß nach vorne, ich hatte erst den linken vorne, jetzt noch den rechten vorne, wenn du es andersrum hattest, einmal nur die Beine tauschen. Einatmen, Arme über die Seite heben und ausatmen, aufdrehen zur linken Seite. Blick geht an die linke Wand oder über die linke Schulter. Rechter Arm ist vorne, linke hinten. Einatmen, Arme über die Seite heben und ausatmen, Arme zum Boden bringen. Wir kommen jetzt in den Schmetterling, bedeutet du bringst die Fußsohlen vor den Körper aneinander, Knie fein nach außen. Du kannst die Füße entweder ein bisschen weiter weg machen vom Körper, dass du eine Raude bildest mit den Beinen oder wenn du ein bisschen mehr möchtest, bringst du die Füße sehr nah zum Körper. Du kannst jetzt entweder deine Füße greifen oder deine Fußgelenke greifen und du wippst ein bisschen mit den Knien, so als für den Schmetterling mit den Flügeln schlafen. Du merkst wahrscheinlich schon die Dehnung in der Hüfte und wenn du dich ein bisschen mobilisiert hast, dann kannst du wieder statisch werden, die Knie einfach nach außen fallen lassen. Du kannst hier noch ein bisschen weiter dehnen oder wenn du die Hüfte noch ein bisschen mehr dehnen möchtest, dann nimmst du den rechten Unterschenkel parallel zum langen Mattenende und stapelst das linke Fußgelenk aufs rechte Knie. Deine Unterschenkel sind jetzt parallel zueinander, also übereinander gestapelt. Wenn das so aussieht, ist auch okay oder wenn du den linken Fuß gar nicht aufs Knie schaffst, dann bleib einfach im Schmetterling. Du kannst jetzt hier mit der linken Hand das linke Knie ein bisschen sanft nach unten drücken oder du wanderst mit den Händen nach vorne, legst die Fingerspitzen oder die Handflächen am Boden ab. ... ... ... Langsam wieder aufrichten, Beine lösen, auch noch ein bisschen ausschütteln und die andere Seite. Den linken Unterschenkel parallel zum langen Mattenende und den rechten Fuß aufs linke Knie stapeln. Wichtig ist, dass du die Fußspitzen anziehst, ansonsten tust du deinen Gelenken keinen Gefallen. Dann mit der rechten Hand sanft das Knie nach unten drücken oder mit den Händen nach vorne laufen. Wenn du merkst, die eine Seite ging, die andere geht nicht, dann komm einfach wieder in den Schmelterling. Abonniert. Vielen Dank. Und langsam wieder lösen. Beine nochmal ausstrecken, nochmal ausschütteln. Und wir kommen langsam in Rückenlage. Fass dafür mit den Händen deine Kniekehren und roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel am Boden ab. Wenn du am Boden liegst, dann nimm mit den Beinen ein bisschen Schwung und roll ganz vorsichtig über deine Wirbelsäule. Erst mit wenig Schwung. Achtet darauf, dass jeder Wirbel einmal den Boden berührt. Anfangs ist es vielleicht noch ein bisschen holprig, aber irgendwann findest du den Dreh, dass du ganz rund über deine Wirbelsäule rollen kannst. Vielleicht dann auch noch ein bisschen weiter und ein bisschen mehr Schwung. Und dann langsam wieder auf dem Rücken liegen bleiben. Füße nach dem Gesäß abstellen. Rechtes Knie fällt nach rechts, linkes nach links. Du kennst diese Position schon aus dem Schmetterling. Fuß so unten berühren sich. Die Hände kannst du entweder nach außen legen, Handfläche nach oben. Oder nimmst die Hände an die Oberschenkelinnenseiten. Und das Gewicht deiner Hände drückt die Oberschenkelinn noch ein bisschen auseinander. Bring jetzt deine Knie wieder zusammen. Stell die Fußsohlen am Boden ab. Und lass deine Knie ganz langsam in Zeitlupe quasi nach rechts fallen. Nehm die Arme nach rechts und weg aus. Und dann machst du Scheibenwischer mit den Knien. Also mal nach rechts aufrichten und wieder nach links fallen lassen. Immer hin und her. Einatmen zur Mitte. Ausatmen. Zur einen Seite fallen lassen. Einatmen wieder zur Mitte. Ausatmen zur anderen Seite. Und so weiter in deinem Atemrhythmus. Ausatmen. 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 Einatmung, Knie zur Mitte, Beine eines nach dem anderen am Boden ausstrecken. Wir kommen jetzt in den Fisch, bedeutet du drehst deine Handflächen zum Boden, drehst dich leicht auf die rechte Seite, schiebst die linke Hand unter den rechten Po, sodass dein linker Arm leicht unter dem Körper liegt. Das Ganze auch noch auf der anderen Seite, einmal rechte Po, Backe anheben, Hand, Rücken drunter schieben, Schulterblätter zusammenrücken. Du merkst schon, wie du die Brust rausstreckst, im Hohlkreuz kommst. Entweder hierbleiben oder wenn du ein bisschen mehr willst, stellst du den Scheitel am Boden ab, ziehst die Schulterblätter noch ein bisschen mehr zusammen. Und dann zum Wiederlösen, rechte Hand entfernen, linke Hand auch unter dem Körper rausbringen. Das linke Bein bleibt ausgestreckt, du ziehst das rechte Bein zur Brust und du ziehst das rechte Knie entweder so zum Körper ran oder du ziehst mit der rechten Hand das rechte Knie bis hin in die rechte Achse. Damit dehnen wir die linke Oberschenkelvorderseite und ein bisschen die Hüfte. Achte darauf, dass du ganz gerade am Boden liegst, also nicht in die eine oder in die andere Richtung kippst. Dein Po ist auch gleichmäßig am Boden, da hebt nicht eine Seite ab. Beide Fußspitzen anziehen, dann hast du noch ein bisschen mehr Dehnungseffekt. Und jetzt ziehst du mit der linken Hand das rechte Knie rüber zur linken Seite, legst das linke Knie am Boden ab, rechten Arm zur rechten Seite ausstrecken, linken Arm zur linken Seite ausstrecken oder linke Hand aufs linke Knie. Blick geht gerade zur Decke oder rüber zur rechten Hand. Nächste Ausatmung langsam lösen, beide Beine am Boden ausstrecken, beide Arme am Boden ausstrecken. Und wir nehmen die andere Seite, also linkes Knie zur Brust ziehen, linkes Knie umfassen, entweder gerade zum Körper ziehen oder ein bisschen nach links in die linke Achse ziehen. Flussspitzen weiter anziehen. 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 Und nächste Ausatmung mit der rechten Hand ins linke Knie, rüberziehen zur rechten Seite, am Boden ablegen, linken Arm nach außen aufstrecken, rechten Arm auch nach außen aufstrecken oder rechte Hand aufs linke Knie, Blick geht zur Decke oder über die linke Schulter. Vielen Dank. Langsam wieder zur Mitte kommen, beide Beine aufstrecken, bisschen ausschütteln. Jetzt zeige ich dir wieder mehrere Varianten für die Haltung. Du kannst entweder die Beine einfach heben, zur Decke strecken und leicht in Richtung Oberkörper fallen lassen. Dafür müssen wir nicht ganz gestreckt sein, wir können es ja auch leicht beugen. Es geht hauptsächlich darum, dass das Blut einmal in die andere Richtung fließt. Also von den Füßen in Richtung Kopf und ich gehe sonst immer andersrum. Entweder du bleibst hier oder wenn du eine Wand in der Nähe hast. Ich zeige dir das einmal hier an meiner Tür. Dann rückst du deine Matte an deine Wand und rutscht mit dem Po in Richtung Wand und stellst die Füße an der Wand an. Hier kannst du jetzt ein bisschen variieren, wie hoch du die Füße haben möchtest, wie gemütlich das ist für dich. Wenn es dir reicht, kannst du natürlich die Füße auch erhöht einfach aufs Sofa legen oder auf einen Stuhl. Arme rechts und links vom Körper, Handflächen nach oben drehen. . Rotten! Der we deplone Agric langs Ganskopf! Begeben Quatschin' Jahrhundert! Die Füße! Vielen Dank. Vielen Dank. Einmal tief ein und tief ausatmen. Das hier ist Chavasana oder auch die Totenhaltung. Das ist unsere Endentspannung. Dabei werden wir ein bisschen progressive Muskelentspannung machen. Vielleicht zeigt dir das auch schon etwas. Du kannst jetzt deine Augen schließen. Und dann konzentrierst du dich auf den rechten Fuß. Ausatmen. Streck den rechten Fuß, sodass du die Wale ein bisschen anspannst. Und ausatmen. Fuß entspannen. Fuß fällt nach außen. Nächste Einatmung. Rechten Fuß anziehen. Und ausatmen. Fuß fällt nach rechts. Nächste Einatmung. Fußspitze anziehen. Fußspitzen Richtung Schienbein ziehen. Rechte Wade. Rechte Oberschenkel anspannen. So doll anspannen, dass vielleicht dein rechtes Bein noch ein bisschen abhebt vom Boden. Ausatmen. Lösen. Rechter Fuß fällt nach außen. Rechtses Bein ist entspannt. Wir gehen rüber zum linken Fuß. Linke Fußspitze strecken. Baden. Bisschen anspannen. Und ausatmen. Lösen. Linker Fuß fällt entspannt nach außen. Nächste Einatmung. Fußspitze anziehen. Fußspitze Richtung Schienbein ziehen. Und ausatmen. Fuß lösen. Einatmen. Linke Fußspitze anziehen. Linke Wade anspannen. Linke Oberschenkel anspannen. Rente hebt das linke Bein noch ein bisschen ab vom Boden. Und ausatmen. Lösen. Fuß fällt nach links. Nächste Einatmung. Po entspannen. Gesäßbacken zusammenrücken. Ausatmen. Lösen. Dein Po ist wieder ganz entspannt am Boden. Als nächstes spannen. Als nächstes spannen wir den Bauch an. Dafür drückst du die Wirbelsäule ein bisschen Richtung Boden. Vielleicht liegt jetzt die gesamte Wirbelsäule am Boden auf. Ausatmen. Lösen. Die untere Wirbelsäule hebt sich wieder leicht vom Boden. Einatmen. Die Schulterblätter anspannen. Also die Schulterblätter ziehen zueinander. Richtung Wirbelsäule kommst in ein leichtes Hohlkreuz. Ausatmen. Lösen. wieder entspannt am Boden ablegen. Wir spannen die Brustmuskulatur an. Dafür Schultern nach vorne ziehen. Einen Rundrücken machen. Kopf vom Boden abheben. Kinn zur Brust ziehen. Ausatmen. Lösen. Kopf und Schultern am Boden ablegen. Wir kommen zum linken Arm. Mach mit der linken Hand eine Faust. Spann unter und Oberarm an. Vielleicht hebt der Arm auch ein bisschen ab vom Boden. Ausatmen. Arm ablegen. Hand liegt entspannt am Boden. Nächste Einatmung. Ball die rechte Hand zur Faust. Rechten Arm anspannen. Unterarm. Oberarm anspannen. Vielleicht hebt der rechte Arm auch ab vom Boden. Ausatmen. Arm ablegen. Hand lösen. Wir kommen zum Gesicht. Leg die Stirn in Falten. Kneift die Augen zusammen. Runzelt die Nase. Press die Lippen aufeinander. Träferinsen. Zitrone gebissen. Ausatmen. Lösen. Nächste Einatmung. Spannen wir alle Muskeln im Körper an. Du ziehst also die Füße zu den Schienenbeinen. Spannst die Beine an. Ballst die Hände zur Faust. Die Arme heben ein bisschen ab vom Boden. Spann den Bauch an. Heb den Kopf an. Mach dein Zitronengesicht. Ausatmen. Lösen. Am Boden ablegen. Atme noch einmal tief ein und tief aus. Spür ein bisschen nach. Spür welche Körperteile sehr entspannt sind. Spür welche Muskeln vielleicht ein bisschen verspannt sind. Wenn du merkst, dass du noch irgendwo verspannt bist. Stell dir vor, du könntest die Einatmung genau in diesen einen Muskel schicken. Und stell dir vor, du könntest mit der Ausatmung die Verspannung einfach ausatmen. Jetzt zieh einmal die Mundwinkelsatz nach oben. Lächle einmal. Und ausatmen. Versuch dich noch einmal komplett zu entspannen. Versuch jeden einzelnen Muskel im Körper zu entspannen. Jetzt rollst du dich langsam auf deine Lieblingsseite. Ziehst die Knie ein bisschen an. So, als würdest du gleich aus dem Bett aufstehen wollen. Und dann ganz langsam aufrichten. Überkreuz die Beine im Schneidersitz. Bring die Handfellen zueinander vom Herzen zusammen. Schön, dass du gerade da warst. Wie dir die Zeit genommen hast. Wie dir das?